ein herzliches willkommen zu ls 19 hier auf der ravensberg tier bei der letzten folge haben wir hier das zeugs abgeerntet jetzt nehmen wir noch schnell eine fuhrsorg gut mit kostet 85.000 aber es hilft nicht brauchen so haben wir mal ist so gut nach heim so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss noch mal auch Raps anbauen. Und dann den Raps für Biodiesel hernehmen. Dann haben wir einen biologischen Dünger. Dann brauchen wir auch nicht mehr so viel Mineraldünger. Vielen Dank. 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 Dann geht's weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. kann man mit dem schneidwerk nämlich mit dem schneidwerk. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann haben wir das auch wieder. Den lassen wir da auch, den bleiben wir da am nächsten Tag, wenn das mal live ist. Fangen wir das mal zur Produktion hoch, gucken mal. So, dann haben wir das auch wieder. 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 Biodiesel. So, der läuft schon. So, dann haben wir das auch wieder. 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 auf, dann darfst. So, das war's dann erstmal für heute. Ich wünsch euch was. Tschüss und Ciao.